Ja, ich bin neun. Den kleinen Asch. 1, 1, los! Später auch seit dem neuesten. Soll man hier mal stabil? Mal gucken, ne? So. Sehen wir mal, ob der Asche überzeugen kann. Dass nicht jedermann satt hat. Ja, stimmt auch. Es ist nicht so einfach mit dem Asche zu spielen. Aber bis jetzt verkloppt den ziemlich hart. Aber Peach kann ja auch immer mal so was. Mähen wie der Klaute. Der ist einfach weg. Ja, das stimmt auch. Das geht schnell. Ja, hast du recht. Ja, ich habe schnell gedacht. Oh, okay. Ich wollte coole Sachen machen. Ich wollte coole Sachen machen. Oh, shit. Ich weiß. Zu gut. Ich habe ja auch hier den Klaute. Oh, Auffrisch hat nicht connected. Ich habe noch Barge. Ich habe ja noch Barge. Ich habe ja noch Barge. Ich habe ja noch Barge. Ja, okay. Oh ja. Oh ja. Code. Oh, Rebo's führt hier mit 1.0. und die fährt die kommen kommt wieder onstage die wird robben gg in kenken wenn die auch die konga bababoo eine fair aber das reicht noch nicht für den appen ist so ist alles immer so leichte prozente die sich hier aufgebaut werden hat er sich in stock oder repos baut sein lied hier ziemlich hart coole sachen auf der nerven stark bleibt ja so eine banane jetzt zum absmash könnte es schon gewesen sein dies ist nicht so schwer ist ja floh ich ja das war option coverage das heftige option coverage best of two so und wie weit auf town and city eigentlich die beste welt für die kong aber meistens die spieler nehmen ja ja aber ich kann halt auch früh killen wenn der mal so ein monkey clip in der luft catch mit der abliebe den regenschirm dann war es das hier Oh, okay. Okay, whatever. I'm gonna go, uh. Keep going. I'm gonna get a sequence. You're gonna see me? Yeah, own it. Oh? You guys. You guys. Yeah. So, this is, I think, Quarters. 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 The winner of the game must be against Hesu. If we repost him, he's gonna get him. He's gonna get him. He's gonna get him. Yeah. Okay. Yeah, he's gonna get him. Yeah, he's gonna get him. Yeah. Yeah. Yo. beide schieben bei einem sehr das war heftig spannende sache mal den wir an die post für 1 0 gegen problem geführt 1-0. Der Repos? Du wolltest das. Allein dieser Olaf Keissteiger. Wow, er macht ein übelst Percentage. Oh ja, immer ganz am Schluss. Es sieht so aus, als ob Robin GG da fast gar nicht mehr machen kann. Ist das hier der neue Haukel AK Zero? ok jetzt habe ich einen stock gezogen fast 100 prozent die die kommen jetzt bei null neues dort neues glück neue okay Oh, das war knapp. Das ist jetzt die Fire mit denen. Spielt man gleich onstream oder was? 1-0. Also Winner Quarters. So, 1,5 Minuten hier noch zu spielen. Und... Oh, eine Fähr. 160% zu 54. Das ist ziemlich spannend hier. Wer macht das Tor? Oh, oh. Back air, back air. Und... Oh, er lebt noch. Ist gut, hier halt auf jeden Fall. Aber... Es kann hier. Oh, die Ab air. Wow, at once. 2-0. Repos gewinnt hier. 2-0. Ahhhh. Das ist ein Megatun. Ahhhh. Ahhhh. Ahhhh.